Gesundheit Kornel Oblivu Mümkün Mümkün Kornel Kornel Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem Sport muss man mindestens 1,5 Liter Wasser trinken. Woran merkt man, dass man wenig getrunken hat? Mundtrucken, Verstopfung, Appetitlosigkeit, Müdigkeit. Wann ist das Flüssigkeitsbedarf erhöht? Sport, Schwitzen, Durchfall, Erbrechen. Welche Getränke stillen wirklich den Durst? Wasser, Mineralwasser, Fett, Arme, Milch und Eier an. Also, je weniger Zucker, desto besser die Flüssigkeitsplans. Bist du der Planesser? Ihr Tag ist von regelmäßigen Mahlzeiten gut unterteilt. Sie halten sich an fester Essenszeiten. Bist du der Gelegenheitsesser? Bei Ihnen ist Essen Nebensache. Wenn es gerade passt, essen Sie, was es gerade gibt. Lange Minus sind Ihnen ein Gräuel. Schließlich könnten Sie in der gleichen Zeit Sinnvolles tun. Lange Minus sind Ihnen ein Gräuel. Lange Minus. Lange Minus. Lange Minus. Lange Minus.